Willkommen bei Nathalie Brugger Cosmetics. Seit dem Jahr 2006 Ihre Adresse, wenn es um professionelle Schönheitspflege geht. Ob klassische Maniküre oder ausgefallenes Nail-Design mit Gel-Technik, hier ist auch für Ihre Hände das Richtige dabei. Auch die Pediküre kann mit Gel oder Farblack optimiert werden. Als effektive Methode mit sichtbarem Erfolg zur Faltenreduzierung und Entschlackung der Haut setzen wir auf Galvanic Spa. Neigt Ihre Haut zu Unreinheiten? Möchten Sie Ihr Hautbild verjüngen oder einfach nur die Seele baumeln lassen? Dann nehmen Sie ein Face Treatment in Anspruch. Mit den Produkten der Firma Barbour und unserem langjährigen fachkundigen Wissen werden wir all Ihren Ansprüchen gerecht. Lästiges Rasieren der Arme, Beine des Rückens oder der Bikini-Zone gehört der Vergangenheit an, wenn Sie sich für Waxing entscheiden. Bei Rekki erleben Sie in ruhiger Atmosphäre mit sphärischen Klängen pure Tiefenentspannung. Energieblockaden werden gelöst und Ihre Selbstheilungskräfte werden angeregt. In Sachen dekorative Kosmetik sind wir durch langjährige Erfahrung mit breitgefächertem Know-how Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Ob Hochzeitsmake-up, individuelle Stilberatung, Schminkschule oder Tages- und Abendmake-up. Bei uns bekommen Sie Ihren persönlichen, perfekten Look. Wir nehmen uns Zeit für Sie, denn uns liegt eine individuelle, fachkundige Beratung am Herzen. Kehren Sie dem Alltag den Rücken und besuchen Sie uns im Herzen der Altstadt Augsburgs.